stream startet so du bist jetzt live perfekt okay ich muss noch den titel ändern ich erstelle schon mal den raum hier mit dabei sind natürlich wieder einige aus dem team heute wir spielen jetzt ein bisschen squibble ich habe mich gerade jetzt mal hingesetzt nein kommt der meister zeichner hier ja 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 habe ich hier noch so ein developer mit dabei der auch schnell tippen kann ja klar meine kopfhörer sehen auch so aus nee wie heißen ja ja die sehen so ähnlich aus aber warum nimmst du auch kein wenn man das war ich hätte noch so schlechte wurde ja nicht anlag wenn du drauf gekommen ist wenn jetzt hat man hier so an ja ja nee ja ja nein ist es nicht hä ja kann jetzt soll ich sagen hä wenn es kann ja ich wollte hä schimmelzähne du hast den buchstaben vergessen wie ich hab nen buchstaben oh nein ja ich hab einfach nen buchstaben vergessen hä was machst du denn jetzt da entschuldigung das ist blöd ne 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 äh sag ich zeichnen ich weiß wie ich weiß wie ich weiß wie ähm also fox wenn so dein haus aus oder euer haus aussieht mhm äh so ist ein lach an der seite ahja bier komm bitte 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 ALSO hä 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 keine ahnung das ist doch safe irgendein insider oder so komm ich kann das nicht alles nicht dann gekleckt weg keine ahnung ne oh mein gott wie kann man denn so schlecht das zeichnen du hättest doch einfach ein festzelt malen können oder München oder ich zeichne mal ein festzelt oder irgendein typ mit ner lederhose oder sowas Ich kann sie schreiben. Ich bin live, ich bin live, warte. Ja, läuft nicht so gut bei dir, oder? Das erste ist halt Geld. Und dann Beutel, Geld, Topf, Geld. Hä, Gold, Gold, Topf, nein, ich wollte gerade sagen, bei mir war, oh, 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 ich hab was Gutes, okay, das ist schon mal die Basis, ja, wichtig, okay, und dann habt ihr so ein Ding hier, ja, so, dass du das nächste, was da kommt, ja, das ist schon mal so, okay, und dann habt ihr hier so zwei, so zwei Dinger, und jetzt kommt hier so ein Ding drauf, und dann, so, und da auch, ja, da spritzt das so raus, genau. Hier ist auch noch so ein Ding drauf, ja, manchmal sind das noch so ein paar geriffelte Teile da dran, warte mal, so mach ich das hier, ganz stark gemalt, oder? Habt ihr nur die Basis unten gesehen? Bitte, das ist doch Bier. Nee, das ist kein Bier. Wie wird das geschrieben? Ich weiß auch nicht. Nee, ich weiß nicht, wie das geschrieben wird, verdammt. Ich muss googeln, Leute. Wie wird das geschrieben? Ja, so wird es geschrieben. Ich glaube, ich weiß das. Hä? Ja! Ja! Ich war aber vor dir! Oh mein Gott, wie knapp das war! Ich weiß nicht genau, wie es geschrieben wird. Okay, okay. Okay, okay. 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 Das ist nicht so, wo das schon war. Ich hab so random so ein paar Sachen abgeklappert und easy. Aber ich hab da schon Karotte. Hä, das ist ne Karotte. Nee. War nicht. Helm mit M. Oh nein. Warum? Niemand sagt Möhre. Ich so. Oh, was hab ich denn hier, Alter? Okay, das wird super, Leute. Okay, wartet mal. Das ist selbe wie vorhin beim Montagsbilder mit, äh, zu Geist gespenst. Okay, ich mach das so. Warte mal. So. Nee, das ist scheiße. So, wie kann ich wieder wegmachen? Kann ich das alles wegmachen? Nein. Äh, warte, dann mach ich so. Man sieht schon wieder nur diesen Anfang. Ah, okay. Also. Also, so. Ja. Wie auch immer. Und jetzt gibt es so ne Sache. So. Und so, ja? Müsst ihr euch vorstellen. Dann haben wir oben. Ich hab mich verschrieben. Haben wir das. Und jetzt weiß jeder, was das ist, weil ich... Und da haben wir das. Nee. Und was wir wissen wollen, ist das hier. Das ist wichtig. Stark, oder? Hab ich gut gemacht. Oh, bitte, bitte. Komm jetzt. Das ist gut. Warum hab ich... Einfach genial, Leute. Einfach genial. Oh, 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 ja, ja, ich weiß es. Oh, ich war sogar Esther. Guck, komm, es gibt Piero hier. Nehmen wir da. Das war... Das war... Das ist saugut gezeichnet. Respekt an biologisch. Erklär mir das jetzt mal. Aber ist natürlich logisch. Das ist biologisch. Oh, 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 oh. Oh, das ist gut. Das ist gut. Okay, Leute. Das kann ich ganz schnell machen. Ich muss nämlich essen gehen. Danach machen wir die Community-Runde. Ne, scheiße. Das ist doch gar nicht so einfach. Ähm... Fuck, wie soll ich das denn darstellen? Hä? Ähm... Das ist echt nicht so einfach. Ich hätte das anders machen sollen. Ähm... Es sind ja schon wieder nur diese rote Linien da. Das ist einfach... Blau? Warte, kann ich das nicht ausmalen oder so? Ist blau, wie er war? Oh, wartet mal. Chillt mal. Es funktioniert einfach nicht. Es funktioniert nicht. Was ist das? Es funktioniert nicht. Es ist scheiße. So, also das hier ist ein Zelt, ja? Ja. Und da drin ist dann so ein... Sowas hier. Ja? Und da drum sind so... Oh Gott, ich hab noch nicht so was Schlechtes gemalt. Oh mein Gott. So. Ich seh nur diese rote Linien gerade erst da. Und da... Da sitzen Menschen. Ganz viele Menschen drumherum. So, ja? Und dann ist meistens hier oben. Ist irgendwie noch so ein... Teil oben drauf. Keine Hälfte. Und dann sind da so... Dinger runter oder so. Ey, das ist so hässlich. Das ist ne hau... Zürgeres. Ja, safe, oder? Ey, hätt's... Es tut mir leid, Leute. Ich hätt das anders... Ja, ich hätt's anders anfangen sollen. Ey, ich bin 20. Ich bin 20. Okay. Also, Schrefero hatte gewonnen, weil den hätten wir eh nicht mehr eingeholt. Okay, let's go. Starten. Leider nicht drin. Was ist denn das? Bei... Äh... Das ergibt bei mir gar keinen Sinn. Hä? Loch. Safe ein Loch. Loch. Hä? Das ist ne Kerze. Das safe... Hä? Oh mein Gott. Hä? Das ist ja an keiner Stelle ein Döner. Du Öner. Warte, welche... Welche... Welche Döner büren sie so aus? Unglaublich. Das ist übrigens nicht erlaubt, so was, bitte. In Zukunft. Dankeschön. Schatzi, jaaa... Nerven nicht. Gibt Menschen, die müssen hier streamen und so. Äh, nein, 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 lass mich. Ja. Aua, wer hat da... Rausch da so? Oh mein Gott. Hä? Gott. Ähm, hier. Äh... Ähm... Das ist perfekt. Moment. Das ist nichts daran. Das kommt klar. Das sieht aus... Das sieht aus wie ne Karotte, Alter. Das ist perfekt. Das sieht aus wie... Na warte, das ist perfekt. Scherde. Scherde. Nee. Vote kick einfach. Einfach vote kicken. Ey, ist das ne Biele? Leute, könnt ihr nicht gescheit malen? Es ist vote kick. Einfach raus mit denen, Alter. Let's go. Da hab ich mit die Viecher. Nee, vote kick. Einfach nur vote kick. Weg mit dem. Ja, tschüss. Noch einer. Noch einer? Komm schon. Ja. Taube. 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 Ja. Gut, dass wir den gevote kicked haben, Alter. Was ist das? Einfach. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Also... Was könnte... Also jetzt mal for real. Von den letzten 5 Zeichnungen war das einfach das Beste. Und das ist traurig. Das ist jetzt einfach nur einfach zu erwarten, weil es normalerweise genauso aussieht. Der Allwissende hat's wohl nicht so ganz geschafft. Oh, oh, oh mein Gott. Ich hab was voll Gutes. Ich hab was voll Gutes. Jetzt kommt der Profi. Nee, ich hab was richtig Gutes. Okay. Also... Und rein. Wahnsinn. Es... Es malt einfach wieder so langsam bei mir. So. Und jetzt... Äh, wie mach ich das am besten? So. Und dann... Okay. Äh. Was ist das? Timo TV. Ich seh bisher so gut wie gar nichts. Oh mein Gott. Wie gut einfach. Guckt es euch... Sorry, aber das geht nicht besser. Das ist einfach... Spitzenleistung. Das ist einfach wirklich... Das kann... Das geht nicht besser. Ach so. Das war ein Satz. Perfekt. Das geht nicht besser einfach. Das geht nicht besser einfach. Äh. Äh. Komm nicht drauf. Okay, das war einfach. Äh, hä? Ist das... Ja, okay. Ja, okay. Sorry, aber... Ne Fliege hat nicht zwei äh... Dinger. Also nicht zwei Flügel. Ich hab nur Schlagshaufen hinter der... Häh? Ne Fliege... Ey, ne Fliege hat doch diese fetten Augen und so. Ich google jetzt. Ey, das ist geil. Das ist auch so... Die Schlecken immer. Hier, guck mal. Die... Die haben keine Flügel. Die haben fette Augen und... Und zwei Dinger, die nach hinten gehen. Kannst du bitte nicht weißes Zeug aus dem Mund malen? Das ist jetzt nicht so angebracht. Hä? Was soll das sein? Hä? Ah. Äh, äh, wie heißt das? Äh... Nein. Äh, wie heißt das? Corona. Oh mein Gott. Nein. Das kann... Das ist auch nicht. Hä? Wie heißt das denn? Nein. Hä? Warum grün? Schimmel. 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 Nichts... Nichts aufzeichnen. Oh mein Gott, Alter. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Ne, Vote Kick, Alter. Los. Weg mit dem. Schneller. Ihr müsst schnell... Die Zeit läuft. Neu Sekunden. Nein. Nein, das ist gut. Das ist... Ne. Ach, das ist doch kein Blut. Oh mein Gott. Geht mal deiner Meinung nach Blut mal. Ja. Einen Tropfen Blut. Einen Tropfen. So wie Blut sich verhält. Nicht eine Wolke. Boah. Das wird... Weißt du... Die letzte Folge war einfach vernünftig. Und jetzt ist es einfach nur... Was soll das denn jetzt wieder sein? Käse oder wie? Das... Das essen die alle. Nein, das essen die alle. Das ist kein Käse. Das ist aber langer Käse. Spiegeleil. Oh Gott. Das hast du bestimmt schon mal gegessen. Ja, aber safe hast du es einfach wieder so schlecht gemacht. Nein, es ist voll gut. Es ist voll gut. Es ist aber viel zu lang für alles. Kartoffel. Das... Kartoffel. Oh mein Gott. Das ist... Also, ich weiß ja nicht, was für Monsterkartoffeln du hast. Aber Monster... Diese Kartoffeln sind nicht größer als eine scheiß Gabel. Diese Gabel würde da einfach zweimal reinpassen. Und Kartoffeln kommen aus Amerika. Die haben nichts mit Deutschland zu tun. Ich weiß, dass das nicht aufgeregt hat. Aber komm mal runter. Komm runter! Ah! Ja, die... Warte. Es ist das. Es ist bestimmt das. Nein. Ja! Oh mein Gott. Hä? Das ist gut gemacht. Mit den schönen Haaren. Das ist richtig gut gemacht. Ah! Weil man dadurch... Dadurch kommt man da drauf, weißt du? Biologisch? Ja, das sieht gut aus. Okay. Also biologisch, das wird auch in der nächsten Runde mit drin sein. Nur der Stuhl ist so klein. Es sieht aus, als wäre es eine Ente, Alter. Es sieht aus, als wäre es eine Ente, Alter. Es ist einfach eins zu eins eine Ente. Es sieht aus, als wäre es ein Finger auf dem Boot. Was soll das sein? Oh mein Gott, ich hab's. Oh mein Gott, ich hab's. Aber nur weil du grad was gesagt hast. Es ist so schlecht gezeichnet. Oh mein Gott. Ja! Jesus hatte solche Sandalen, ja? Jesus! Aber doch nicht heute! Ich verzweifle einfach komplett. Meine Eltern, tut mir so leid. Ich schreie so rum, Alter, wegen euch. Mehr. Das ist... Nee, mehr ist zu einfach. Hä? Aber was ist denn... Ja, ist doch einfach komplett. Oh mein Gott. Das ist... Ja, aber... Nee. Das hat doch nichts mit dem Help zu tun. Ja. Ja, natürlich. Aber... Ist okay. Man kann's wenigstens mal erkennen, ja? Also Leute, das wird jetzt sick. Okay, also. Zack. 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 Nee, das hier lassen wir weg. Das lassen wir weg. So. Ich sehe jetzt wieder nur die Hälfte. Ja, das ist kacke, ich weiß. Ich seh grad jetzt die dritte Linie. Ja. So. Dann haben wir hier... Sura, jetzt ist der Zeit immer noch am Rand. Sura, jetzt ist grad irgendwas weg. Hä? Wie kannst du denn jetzt schon drauf kommen? Ach, er hat im Stream geguckt. Er hat im Stream geguckt. Ah. Ja. Bitte warten. Warte, dann ist bei mir... Daneben ist noch bei mir diese Logitech-Facecam. Wie steht's hier? Bei mir ist grad mit Rechnen... Alter, der flexte, wenn du jetzt halt drei Bildschirme... Neee. Hehehe. Ganz echt, Sabine nervt, ne? Das ist echt so. Danke. Das macht mir das Internet sogar auf dem Zettel scheiße. Aber am Computer hab ich ja viel Gutes. Oh, das ist bestimmt... Hä? Das macht keinen Sinn. Was? Ein Einhorn wahrscheinlich. Was soll das sein? Was machst du da? Sag mir mal bitte, was du gerade mit diesen schwarzen Krängeln, die du da machst, zeichnest. Ich... Ja. Ah, okay. Jetzt erkennt man's. In Richtung Katze, oder? Löwe. 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 Flo, du warst gar nicht so falsch. Verniedlichung davon. Le... Äh? Oh mein Gott. Oh mein Gott. Ja! Bam! Hm. Ich bin Boss. Also, wer bei Timo das Wort als Erster erzählt, Leute, hat gewonnen. Er hat einfach das Schwierige gewonnen. Er hat einfach das Schwierige gewonnen. Oh mein Gott. Eigentlich ist das eine Kette. Oh mein Gott. Wie soll man denn... Aber weißt du, was ich schwierig finde? Wie man die versie... Wie... Was denkt sich denn derjenige, der das da eingetragen hat? Das Wort, wie man Kätzchen von Katze unterscheiden soll. Ja, so mit so Herzchen daneben noch, oder wie? Oh mein Gott. Hehehe. Danke. Wie heißt denn das? Ach. Ach so. Ach so. Ach. Ach. Ich hab die ganze Zeit an Spielbrett und sowas dran gedacht. Und an Gefängnis oder sowas. Ich komm. Oh mein Gott. Das wird geil. Das wird geil, Leute. Okay, das wird geil. Okay, Leute. Warte mal kurz. So. Und jetzt? Es ist einfach wieder so scheiße langsam bei mir. Ja, bei mir auch. Okay. Ja, wahrscheinlich kannst du das erraten. Äh, echt jetzt? Ich hab grad nur geraten, wirklich. Ich hab grad nur geraten, ehrlich. Ich hab grad gedacht, das ist falsch. Ich hab grad gedacht, das ist falsch. Ich hab grad nur geschrieben. Ehrlich. Ähm. Vielen, vielen Dank fürs Zuschauen. Lasst einen Daumen nach oben da. Ähm. Schaut gerne, wie gesagt, auf Mixer vorbei. Da gibt's immer solche Streams, wo wir halt ein bisschen chilliger was machen. Ich hoffe, das Video war nicht zu viel rumgeschriege und nicht zu viel Verzweiflung. Aber vielleicht konntet ihr auch ein bisschen lachen. Wenn ja, lasst einen Daumen nach oben da. Und, äh, denkt dran auch, ab jetzt gibt es, äh, die sogenannten Wochenvlogs bei mir auf Floix filmt. Da werd ich jede Woche im Moment Vlogs hochladen. Mein erster Vlog ist da auch schon raus. Ich verlinke euch den mal hier oben, wenn's geht oder so. Und, ähm, ja. Viel Dank. Äh, vielen Dank, dass ihr noch zugeschaut habt. Es waren auch noch einige Live-Zuschauer jetzt hier bei Mixer auch am Start. Vielen Dank euch. Herz geht raus. Und, ähm, ja. Habt noch einen schönen Tag. Haut rein und danke euch fürs Zuschauen. ARD Text im Auftrag von Funk